Hey und herzlich willkommen aus Schweden. In diesem zweiten Vlog werdet ihr euch ein bisschen was erzählen zu meiner Erfahrung hier in Schweden, auch was die Corona-Situation betrifft. Ein paar Leute hatten ja auch Fragen dazu gestellt in den Kommentaren. Und außerdem werde ich euch ein bisschen zeigen und berichten, wie ich hier unterwegs war, was ich hier schon erlebt habe, was es in den nächsten Videos noch zu sehen gibt und so weiter. Bleibt dabei! Ich bin ja bereits Ende Mai nach Schweden gekommen. Die Fähre hatte ich schon im Voraus gebucht, bevor Corona angefangen hat. Und lange war ja gar nicht klar, ob ich überhaupt fahren kann. Aber dann hat sich das ja alles glücklich gewandelt, zumindest in dem Sinn, dass die Reisebeschränkungen aufgehoben wurden. Und wir haben ja dann auch entschieden, unser Kanu-Camp findet statt. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, ich verlinke jetzt euch nur meine Infokarten. Das war nämlich echt genial. Acht Männer sind tatsächlich also hier in Schweden zusammengekommen und wir hatten eine grandiose Woche draußen in der Natur mit noch mehr Einsamkeit als normal. Ja, es hat also stattgefunden, das Kanu-Camp. Und für dieses Kanu-Camp bin ich schon, wie gesagt, Ende Mai angereist. Das war allerdings echt ziemlich gruselig auf der Fähre, denn es waren kaum Touristen auf der Fähre. Letztes Jahr habe ich das gleiche Jahr, die gleiche Tour auch gemacht. Also ich bin auch mit der Fähre von Kiel nach Göteburg gefahren. Über Nacht ist das die große Fähre mit Stena Line. Und da waren total viele Touristen auf der Fähre. Natürlich Wohnmobile, PKWs ohne Ende. Und dieses Jahr war es eigentlich nur ein Frachttransport. Also es war wirklich fast nur Fracht auf der Fähre. Ganz wie LKWs oder halt so Frachtanhänger und kaum Touristen. Ansonsten hatte er aber alles auf auf der Fähre. Also es war, der Shop war sogar auf, das Restaurant und so weiter. Nur es waren halt wirklich kaum Touristen da und es waren dann einige Bereiche auch abgetrennt. Deswegen war aber ansonsten kein Problem. Also Einreise auch überhaupt kein Problem bei mir gewesen. Schon Ende Mai. Man hat mir einfach eine schöne Fahrt gewünscht. Der Zollbeamte da, Polizei, Schwedische, hatte nochmal mein Auto geguckt, ob ich allein unterwegs bin. Und ansonsten bin ich da sehr freundlich empfangen worden. Jetzt war es ja noch so am Anfang, dass auch in Schweden hier selber die Schweden noch so eine Empfehlung hatten, nicht zu reisen oder nur wenig zu reisen, nur ein bis zwei Stunden vom Ort sich zu entfernen und möglichst wenig Leute zu treffen. Und insofern war es natürlich jetzt ein bisschen mulmig auch, mir dann hier schon in Schweden zu sein als Tourist. Da ich aber jetzt sowieso erstmal nur das Kanu-Camp als Ziel hatte, bin ich auch nicht viel gereist hier. Ich bin eigentlich nur in Dalsland gewesen, direkt hochgefahren nach Banksforst, zum Campingplatz, wo wir gestartet sind. Mit unserem Kanu-Camp. Und vorher war ich eigentlich nur einmal an einem Ort da, in dem Nationalpark. Wie hieß er nochmal? Schon wieder vergessen? Das Video habt ihr aber gesehen davor. Wenn nicht, ich verlinke es euch auch nochmal. Ich habe auch im Übrigen wieder natürlich eine Playlist hier gemacht für Schweden 2020, wo ich alle Videos wieder reinpacke. Und ja, verlinke ich euch in den Infokarten und unter dem Video hier findet ihr dazu auf jeden Fall ausreichend Hinweise. Genau, ich war also die erste Zeit einfach nur in Banksforst. Und dann war es aber so, dass am 13. Juni, glaube ich, war das, auch die Reisehinweise oder die Reisebeschränkung, die Empfehlungen hier für alle Schweden aufgehoben wurden. Das heißt, auch die Schweden durften dann wieder frei reisen. Natürlich gibt es und gab es und gibt es in Schweden auch konkrete Hinweise, wie man so reisen soll, was man beachten soll. Ansonsten ist es aber hier wirklich super, super entspannt und normal, sage ich mal. Ja, die Schweden haben ja keinen Lockdown in dem Sinne, wie alle anderen Länder in Europa oder sogar die meisten in der Welt, sondern das gefällt mir auch echt wirklich gut. Die Schweden haben auch konkrete Empfehlungen bekommen von der Regierung. Aber es gibt nicht diesen klassischen Lockdown und diese Zwänge, wie man sich verhalten soll. Das gab es ja auch gar nicht. Man appelliert hier wirklich an die Eigenverantwortung jedes Einzelnen. Das wird auch immer wieder so kommuniziert in den Nachrichten in der Zeitung. Das finde ich wirklich schön. Und das ist auch genau das, was ich hier so erlebe. Die Schweden sind irgendwie, die sind total vernünftig, die sind total entspannt, nicht irgendwie in Panik oder irgendwie übertrieben, schützen sich nicht irgendwie übertrieben, meiner Meinung nach, sondern es läuft hier ganz normal ab. Trotzdem ist jeder sehr verantwortungsvoll. Zum Beispiel, wenn man einkaufen geht, dann halten die Abstand. Das machen die sehr konsequent, also wirklich noch mehr als bei uns. Wenn ich jetzt zum Beispiel am Regal stehe, das habe ich wirklich mehrfach beobachtet und jemand möchte da ran, auch der wartet, der wartet wirklich, bis ich weg bin, mit ausreichendem Abstand, also wirklich viel Abstand und dann geht er erst dahin. Und ansonsten, ich habe ja auch noch keinen mit Mundschutz gesehen. Ich war auch mal im Einkaufscenter jetzt inzwischen und in so einem großen Supermarkt. Es gibt wirklich so kaum Anzeichen oder gar keine Anzeichen dafür, dass hier diese Geschichte mit dem Coronavirus läuft. Musik ja in schweden gibt es dafür natürlich viel mehr infizierte oder positiv getestet der muss man ja richtig sagen was aber total normal ist weil das gehört ja einfach zur strategie die menschen werden dadurch auch immunisiert und ich will das jetzt auch nicht zu breit treten hier es gibt ja da ganz verschiedene ansichten und es wird ja auch in der presse zum teil oder zum größten teil auch sehr negativ bereit getreten und dargestellt weil natürlich hier auch mehr menschen gestorben sind zum beispiel in deutschland viermal so viele glaube ich wenn man das auf die einwohner berechnet allerdings sind in italien spanien belgien glaube ich auch in england sowieso sehr viel mehr menschen gestorben also so falsch kann diese ganze strategie auch nicht sein im grunde handhabt man das hier halt einfach wie eine starke grippewelle wie gesagt es gibt konkrete empfehlungen wie man sich verhalten soll diese sind aber auch daran orientiert was wirklich sinn macht und vor allen dingen schränken sie das gesamte leben nicht so radikal ein ein großteil der menschen die in schweden auch wirklich gestorben sind in alten heimen gestorben über 50 prozent ja das ist ja im übrigen europa auch so dass hauptsächlich alte menschen menschen mit vorerkrankungen sterben und da hat sich genauso eingeräumt dass da große fehler passiert sind dass da nicht ausreichend schutzkleidung vorhanden war das nicht ausreichend von vornherein da priorisiert wurde alte menschen vor allen heimen zu schützen ja ich will aber das thema wirklich jetzt nicht weiter breit treten und bitte tut mir auch einen gefallen und fangt nicht in kommentaren an jetzt wieder so gegen darstellungen und ach ist alles mundschutz ist super wichtig und hast nicht gesehen ich weiß das ist so sensibel jeder fährt also gerade seinen film ich finde es total wichtig dass man seine meine auch noch frei äußern darf ohne dass andere leute sofort rein grätschen und versuchen denjenigen irgendwie mundtot zu machen oder vom gegenteil zu überzeugen ich spreche einfach nur aus meiner erfahrung und sagt so wie es sich für mich anfühlt was ich so sehe und wie gesagt hier in schweden kann man das ja auch ganz real erleben dass die menschen hier viel entspannter viel besonnen mit der ganzen thematik umgehen und das entspricht meinem empfinden meinem gefühl wesentlich mehr als das was in deutschland und in den meisten anderen ländern passiert kann man jetzt nach schweden fahren also wie sind überhaupt die bedingungen ich verlinke euch hier unter dem video und auch in infokarten jetzt mal einen link auf meinen blog da habe ich nämlich ja ich war auch sehr fleißig ich habe nämlich da einen artikel zu diesem video erstellt wo ich auch webseiten verlinkt hat quellen wo ihr genau nachlesen könnt wie die die situation hier für die einreise nach schweden und auch für die rückkehr nach deutschland ist denn da gibt es im moment noch auflagen das heißt nur für die rückkehr gibt es auflagen aus deutschland und aus allen eu ländern kann man ganz normal nach schweden einreisen da gibt es überhaupt gar keine beschränkungen wenn ihr allerdings zurückkehrt nach deutschland dann müsst ihr wahrscheinlich in quarantäne das hängt davon ab in welchem bundesland ihr wohnt außer nordrhein-westfalen und brandenburg das ist im moment der stand wo ich dieses video mache ist es in allen bundesländern so diese verordnung dass schweden rückkehrer zwei wochen in quarantäne müssen aus dem grund dass weil schweden halt eine hohe inzidenz hat also das ist die zahl der positiv getesteten die viel höher ist als in anderen ländern da gibt es ja auch in deutschland diese regelung 50 positiv getestete auf 100.000 einwohner in den letzten sieben tagen kumuliert glaube ich und auch diese regel wird quasi als bemessungsgrundlage genommen für die rückkehrer aus schweden und solange die höher ist als diese zahl was im moment auf jeden fall noch der fall ist und wahrscheinlich auch noch ein bisschen so bleiben wird so lange gilt auch diese quarantäne regelung aber eins haben wir ja gelernt alles kann sich sehr schlagartig auch wieder ändern insofern wie gesagt schaut mal auf meinem blog jb tv da gibt es einen neuen schweden artikel und im übrigen habe ich in diesem artikel auch direkt natürlich für alle leute die jetzt nach schweden vielleicht doch noch fahren wollen oder auch für die die einfach nur ein bisschen inspirationen wehmut was auch immer genießen wollen habe ich da meine liebsten meine lieblings schweden ziele verlinkt ich war ja öfter schon in schweden jetzt zum dritten mal und da ist auch ein ganz konkreter tourvorschlag zum beispiel als ich das erste mal hier war habe ich so eine road trip gemacht durch südschweden und das eignet sich super um zum beispiel eine woche oder zehn tage hier durch schweden zu fahren oder auch länger also da gibt es verschiedene optionen genau das habe ich auch so in diesem artikel dargestellt und ich habe jetzt auch wirklich die ganzen ziele die ich hier schon mal als einzelne videos auch festgehalten habe in blog artikel gepackt habe dazu karten verlinkt zum wandern und so weiter also schaut auf jeden fall mal vorbei wenn ihr interesse habt in schweden da gibt es jetzt auch noch mal ganz übersichtlich von mir meine ganzen highlights wie sind meine erfahrungen konkret hier in schweden es ist sehr wenig los und wenn man jetzt natur liebt und die einsamkeit in der natur ruhe haben möchte nicht so den touristischen trubel sucht so wie ich dann ist man hier jetzt noch mal umso mehr richtig das ist wirklich traumhaft hier weil hier ist wirklich so wenig los schweden ist ja sowieso schon riesig groß und es gibt ja vergleichsweise wenig menschen für diese landfläche aber jetzt ist es wirklich grandios wenn man das aus diesem aspekt sieht am anfang auf dem campingplatz in banks forst zum beispiel war super wenig los da waren kaum touristen wirklich immer nur drei vier andere die sich da irgendwie gezeigt haben einer kam mal einer fuhr wieder aber es war wirklich kaum kaum was los auch nur schweden im übrigen hat kanu king auch wieder glaube ich jetzt geöffnet der hat uns auf jeden fall gesagt wir können das gerne weitergeben er will auf jeden fall im juli wieder saison starten und auch da ganz normale kanu touren veranstalten er wird dann auch wieder vor ort sein ich verlinke euch auch dazu infos habe ich auch im blog artikel gepackt da ist auch noch mal das video was wir jetzt gerade ja was jetzt gerade veröffentlicht was wir gerade gemacht haben drin also wenn ihr irgendwie bock habt irgendwie eine kanu tour zu machen das ist jetzt wenn ihr irgendwie wirklich nach schweden wollt wenn ihr das überlegt und euch irgendwie von dem corona kram nicht verrückt machen lasst jetzt ist echt eine super zeit dafür wenn man seine ruhe haben und natur erfahren will wir hatten auf unserer kanu tour wirklich so viel ruhe weil es waren nur ganz wenige leute die uns begegnet sind normalerweise muss man da immer schauen wenn man so übernachtungsplätze anpaddelt ob das schon jemand ist das ist natürlich so ausgelegt dass man in der regel da nicht alleine ist also in der hauptsaison sowieso nicht jetzt in der vorsaison ist normalerweise wenig los aber jetzt wo wir unterwegs waren wir hatten halt immer einen riesigen platz für uns alleine bis auf einmal zum schluss auf den platz da kamen zwischendurch zwei leute die angelegt haben aber der platz ist so riesig groß dass man da sich auch sehr gut verteilen kann ja also es ist wenig los hier und das hat sich jetzt so ein bisschen noch verändert ich bin jetzt weiter herum gefahren ich bin von banks forse aus war ich erstmal an einem superschönen platz den wir letztes jahr schon gefunden hatten das ein privater platz und da habe ich zwei alte bekannte wieder getroffen gerade bin ich hier an diesem wunderschönen platz und es hat nur wenige tage gedauert da kamen zwei altbekannte freunde hier angerauscht michael und manuela das war auch gar nicht geplant ne genau wir haben uns zufällig hier getroffen aber ich habe vermutet dass ihr hier aufkreuzen werdet vermutet habe ich es auch ich habe es gehofft wobei ich dachte dass du eigentlich schon nördlicher bist aber nicht wieder zurück fährst aber aber du wusstest ja wann unsere fähre geht insofern konntest du ja so aber das ist halt die eigengebung so spielt das schicksal manchmal genau wir waren nämlich letztes jahr schon mal zusammen hier auf dem platz falls ihr euch nicht mehr daran erinnert ich verlinke nochmal das video da wart ihr mit dem port ranger hier ja jetzt habt ihr neues auto ein oder neues gebrauchtes also ein anderes ein anderes ein zweitwagen ein zweitwagen ein tram schlecht wetterauto schön ja dann musst du da dein handbuch nehmen so dass fern geht oh ja und natürlich hier ne genau er hat den namen den du uns letztes jahr gegeben hast genau die ausreißer sehr schön und natürlich hier liebe geht über steht über alles oder wie was heißt das noch mal liebe besiegt alles liebe besiegt alles liebe besiegt alles ja warum nicht das habt ihr auch noch neun das ist total praktisch ja 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 trennklo das ist ein trennklo ja ja ich glaube das ist dieses jahr der renner weil viele leute ja gerne campen dieses jahr zu coronazeiten und autark also funktioniert einmal frei also besser als mich hier im wald zuhocken also und und besser für die natur natürlich auch ja mit den bio tüten da dran also wir sammeln das jetzt ein paar tage und dann also das papier machen wir extra weil wir kein recycling papier haben papier wird verbrannt und die tüte kommt dann irgendwo in hausmüll oder sonst irgendwo wir haben jetzt hier so einen trockenen torf um das auszutrocknen und das deckt man dann ein bisschen ab damit ne riecht eigentlich auch wenig was gar nicht also ja super ne funktioniert einwandfrei also dafür wir wollten ja immer schon eine trocken-trennt-toilette haben weil wir die hier nicht eingebaut kriegen macht sich das so also ich bin zufrieden damit ich hätte es nicht gedacht dass das so wunderbar funktioniert cool eigenes klohäuschen ist hier trennt vom auto man braucht es nicht im auto schön kann ich da mal die kamera rein halten in euer auto das ist nicht aufgeräumt wie das halt so ist das mache ich immer extra damit das auch echt ist ja dann guck diese was natürlich auch schon mal wichtig ist ne sind hier diese Fliegennetze ne gerade hier in Schweden das ist so Strumpfstoff wie man den zum Nähen nimmt für Verkleidung und der ist natürlich viel feiner und viel dichter als die normalen Fliegennetze und das hält halt eben auch wirklich die Knots ab auch vor ein Fenster du kannst die Fenster die ganze Zeit offen lassen das sind diese Windows-Socks die habe ich schnell mal zusammengepunst aber sie wirken halt ja guck rein sehr gemütlich du kannst ja auch die rote Ambiente Beleuchtung anmachen ja 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 Aaaaaah! Aaaaaah! Noooooistä... Aaaaaah! przyjad � Teddy... Aaaaaah! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020